Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Mittwoch, der 20. Dezember 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 273 und ich habe euch die folgenden Themen mitgebracht. Zu meinen Xbox Beta, Microsoft Launcher, Chrome Installer, Snap, Selbstheilend, Samsung Galaxy A8, Android-Strojaner und Schweizer und ihr Smartphone. Beginnen wir doch gleich mal bei der Xbox-App. Die hat in den letzten Jahren auf meinem iOS-Device und auf meinen beiden Androiden ein bisschen ein einsames Dasein gefrisset, weil ich nicht wirklich gebraucht habe. Da hat Microsoft ein bisschen nachgeliefert mit unter anderem einem Party-Chat. Klingt nach Feier und so weiter, wie hier im Blog-Pokes steht. Und das hat auch was. Es geht einfach darum, das ist der normale Chat, um mit Mitspielern in Teams und so weiter kommunizieren zu können. Es sind noch weitere Details mit drin. Wer also eine Xbox hat, sollte sich die neue App oder die Beta-App davon mal ein bisschen genauer anschauen. Wir bleiben gleich beim Microsoft, also beim Hersteller von Windows etc. Und die haben ja unter anderem auch einen Lounger und den auf Android rausgebracht. Oder übernommen, besser gesagt Arrow dazumals. Ich bin ein grosser Fan davon und habe den eigentlich auf all meinen Androiden installiert. Mit Lounger habt ihr quasi Microsoft auf eurem Android-Device. Es ist ein sehr, sehr schmaler Lounger, sehr, sehr schlank und nicht irgendwie aufgebläht und mit Funktionen aufgedröselt. Und es bringt halt die ganzen Microsoft-Dienste auf das Android-Device und somit für mich dann bringt oder macht das zu einem sehr, sehr tollen Smartphone. Der hat jetzt eine neue Grenze geknackt. Vor kurzem war es die 1-Millionen-Download-Grenze. Jetzt sind es schon die 10 Millionen. Und ich denke, das wird nicht mehr lang gehen. Werden wir auch die nächste Zahl dann in diese Richtung sehen oder zu hören bekommen. Wer ihn noch nie angeschaut hat, sollte es unbedingt tun, denn mittlerweile hat man in der hauseigenen Beta auch noch weitere Funktionen hinzugefügt. Probiert ihn mal aus und lasst uns vielleicht in den Kommentaren oder auch über Social Media wissen, wie euch der Lounger gefällt. Dann kam eine komische App in den Microsoft-Store. Gestern, vorgestern war das, glaube ich. Die ist ein Google-Chrome-Installator. Also ganz so genau ist es eigentlich nicht. Das ist nur quasi, wenn man dann draufklickt und das Ganze öffnet, landet man schlussendlich auf der Chrome-Internet-Seite, wo man den Chrome downloaden kann und installieren kann. Ziemlich perfide. Und noch viel perfider ist, Google hat da, wenn jemand mit Windows 10 S auf die App gekommen ist, sogar die Möglichkeit angeboten, Windows 10, also das Große, das Pro zu installieren, um den Chrome zu nutzen, weil das geht ja auf dem S offiziell oder offiziell. Das heißt, es geht auf dem S überhaupt nicht. Sehr, sehr speziell. Das Update wurde auch schon nachgereicht. Die App wurde mittlerweile gelöscht. Komisch nur, dass es eigentlich durch den Zentrifizierungsprozess von Microsoft überhaupt durchgerasselt ist. Es gibt sie. Autos aus der Schweiz. Zumindest ist wieder mal etwas aufgetaucht von einem neuen Elektro-Auto, was ab nächstem Jahr soweit sein soll. Rinspeed AG will ein modulares E-Auto bauen, wo man den Unterbau quasi vom Oberbau trennen kann und austauschen kann. Zum einen zum Aufladen, zum anderen, aber auch wenn der mal durch ist, kann man einfach Motor und die ganze Technik darunter austauschen und das obendrüber behalten. Das klingt eigentlich noch sehr interessant und vor allem auch sinnvoll. Bin mal gespannt, ob das wirklich 2018 und vor allem in welcher Form kommen will. Und so ein Teil möchte ich unbedingt mal ein bisschen ausprobieren. Auch gespannt bin ich natürlich, wie das Teil fahren will, denn irgendwie schaut es aus wie ein Schrank und ist halt einfach gerade und so windkanalmässig scheint es nicht sehr sinnvoll zu sein. Aber ja, muss man mal ausprobieren. Dann hat ein Student, der eigentlich einen neuen Klebstoff erfinden oder erforschen wollte, ein wahrscheinlich selbstheilendes Smartphone-Display erfunden. Er hat den sogenannten Kleber, den er eigentlich wollte, zusammengefügt und dann bemerkt, dass nach zwei, drei Minuten der Spalt oder da, wo die Bruchstelle vor war, vollkommen aufgelöst war. Sehr spannend. Ich hoffe, das kommt ziemlich schnell in neue Telefone. und zwar bei allen Herstellern, weil dann werden zwar einige weniger zu tun haben, die eben solche Brüche flicken, aber andere dafür viel mehr Freude haben, weil sie nicht mehr neue Smartphones kaufen müssen und oder reparieren, Versicherung etc. All der Ärger geht vorbei. Samsung macht anscheinend wirklich ernst. Man hat ja in Gerüchten gehört, dass die nicht an der MWC das S9 vorstellen wollen, sondern schon an der CES zu Beginn des Jahres in Las Vegas. Normalerweise hat man ja da die A-Reihe, das ist so das Mittelklasse-Telefon, was sie haben, was mit der Vorjahres-S-Hardware rauskommt, vorgestellt. Und jetzt ist es so, dass man das die aktuelle, also die nächstjährige A8-Version jetzt schon vorgestellt hat. Und zwar in der kleinen, bloß in der grossen Version mit allem drum und dran und ziemlich, ja, nicht schlechter Hardware zu auch einem anständigen Preis. Somit um die 300, 400 Euro Schweizer Franken Währungseinheiten rum herum. Also somit, ja, spannendes Gerät war das A ja immer schon. Und jetzt dürfen wir wirklich gespannt sein, ob wir schon zu Beginn des Jahres an der CES dann das S9 sehen werden. Das ist ein neuer Rhythmus, den da Samsung einläuten würde mit dem. Wer auf Android unterwegs ist, sollte ziemlich stark aufpassen. Neu gibt es den Loapi, wenn man den so ausspricht. Schädling ist ein Trojaner. Normale Trojaner, die machen ja, ja, was soll ich sagen, entweder verschicken sie eine SMS, helfen bei den DDoS-Attacken mit, etc. Also haben meistens eine Aufgabe, die sie erfüllen und nicht viel mehr. Und der macht jetzt deutlich mehr. Zum einen verschickt er SMS in Richtung so Abo-Dienste, wo man dann ziemlich kräftig zur Kasse gebeten wird. Dann lädt er eben im Hintergrund auch noch weitere Apps runter. und erweitert seinen Umfang bis soweit, dass das ganze Telefon einfach kaputt geht. Und zwar nicht nur kaputt im Sinn von, dass Betriebssystem nicht mehr brauchbar ist. Es werden sogar Kryptowährungen damit geschürft und somit wird das Gerät so heiß durch das Ganze, durch die ganze Aktivität, dass schon Akkus aufgebläht wurden. Gut, Kaspersky ist aktuell ein bisschen in den Medien. Ich mag mich nicht mehr genau erinnern, weshalb, aber letzte Woche war da irgendwas mit den Staaten. Eventuell ist das sicherlich auch wieder mal, um zu zeigen, hallo, wir sind auch noch da und Werbung. Und dennoch, ja, überlegt euch die Möglichkeit zu deaktivieren, dass ihr Apps eben auch von fremden Quellen nicht nur aus dem Playstore reinholt. Oder wenn ihr das mal gemacht habt für eine App, schliesst das nachher wieder die Lücke, weil der Trojaner kommt über Banner und andere unschöne Geschichten auf euer Telefon. Also ziemlich schnell und unschön. Dann zu guter Letzt haben wir noch eine kleine Studie vom Quickline, das ist ein Internetprovider hier in der Schweiz. Die haben mal eine Umfrage gemacht, wie das Schweizer ihre, oder für was Schweizer ihre Smartphones nutzen. Und da gibt es natürlich Unterschiede zwischen Jungen und Eltern und Männchen und Weibchen etc. Was aber ziemlich stark zeigt, ist, dass WhatsApp deutlich an erster Stelle ist. Also meistens wird es für WhatsApp genutzt, dann surfen, Informationssuche, telefonieren etc. Und natürlich der Jung-Alt-Gap ist ganz logisch, Junge telefonieren fast nicht und schreiben selten bis gar nie eine SMS. Das ist aber in den Älteren doch wieder anders. Ja, ich bin alt. Ich weiss. Wer mehr zu dieser Studie wissen möchte, ein Artikel dazu ist bei uns auf daily.geektalk.ch verlinkt. Das waren es jetzt auch meine Themen, die ich für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitbekommen und noch mehr hoffe ich. Ihr habt heute einen schönen und vor allem einen erfolgreichen Tag. Bis morgen wieder. Ich freue mich, euch zu hören. Oder besser gesagt, ihr dürft euch freuen, mich zu hören. Andersrum. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.